Hier unter unserer Straße ist das Stromnetz von Oldenburg. Rafflichster Strom zu den Häusern und Straßenlampen. Die Kabel gehören aber nicht uns, sondern einer Firma. Und die kriegt von den Oldenburgern ganz viel Geld dafür. Ich finde aber, dass das Stromnetz uns allen gehören soll. Und was willst du? Weißt du, ich möchte, dass die Oligeno das Stromnetz der Stadt Oldenburg betreibt, damit ich mitbestimmen kann. Oder soll ich noch 20 Jahre warten? Skitterald 3. Vielen Dank.